Für die nächsten Minispieler zum Beispiel. So, jetzt haben wir Zombugi. Oh, jetzt haben wir die Tanzzombie. Naloo. Jetzt haben wir nur noch solche Schnapper. Und jetzt erstmal einen Haufen Geld. Nicht immer direkt mal in die Stärksten sofort einsetzen. Nee, dann geht eine Menge Kohle möglicherweise verloren. Zum Beispiel hier können wir jetzt zwei normale Zombies hinsetzen oder sowas. Bums. Jetzt mache ich das noch einmal. Womöglich muss ich das gleich nochmal tun. Und zwar jetzt. Also. Und jetzt geht's nochmal. Ich muss jetzt mal die nächsten Zombie-Joy, weil der jetzt gleich gegessen wird, geschnappert wird. Ja. Komm, hast du noch genug Tempo, dass du das schaffst? Hier mache ich auf jeden Fall mal die Mine weg. Komm, 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 komm. Ja, okay, hat's geschafft. Sehr schön, er hat's geschafft. Unten ist immer eingeblendet, wie viele Gehirne wir brauchen. Jetzt haben wir in dem Fall zwei von fünf, hier könnt ihr aber auch hier sehen. Was machen wir dann? Komm, hier setze ich mal einen normalen Zombie rein. Hier setze ich einen von denen ein. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. So. 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 Schön drüber hüpfen. Die normalen Zombies und die Eimer-Zombies sind immer dabei. So, aber ich habe gerade wieder Probleme mit Schnitzeln und schneiden. Ach egal. Muss ich es glaube ich so essen. Jo. Da traue ich mir den mal den einzusetzen. Achtung, der holt jetzt neue. Hier kann der echt nützlich sein. Bei meinen Chinkmodus habe ich immer so viele von denen gesetzt, damit es richtig schnell geht. Achtung, der ist jetzt auch mal gleich. Zack. Boom. So können wir uns jetzt keinen weiteren Tanzzombie mehr leisten. Erstmal. Aber wir haben noch andere Mittel. So, dann holen wir den raus. Ich hoffe, der schafft es, bevor er den Arm verschluckt hat und das tut er. dann haben wir genug getanzt. 20.000. Mensch. Mensch. Ich hole mir auf jeden Fall den extra Platz. Tschüss. Vielen Dank.